Moin Leute, willkommen zurück zu euren Mario Maker Leveln. Heute mit Commentary Girl und Airship Castle. Das ist halb Castle, halb Airship, habe ich mir sagen lassen. Freue mich drauf. Wird bestimmt lustig. Und ist auch nicht so einfach. Ja, das wird gut. Das wird gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich sag ja, das wird gut. Von Anfang an geht das schon richtig saftig los. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege hier. Wir haben mittlerweile ein bisschen eingerostet. Okay, dann fliegst du, Kumpel, mich erstmal nach oben. Das ist tricky hier. Da muss man sich runterfallen lassen. So, Airships machen natürlich richtig was her. Vor allen Dingen, wenn sie mit Autoscrolling sind. Da ist was drin. Okay, das hole ich mir mal ganz gewieft. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier was bringt, wenn ich oben... Ah! Okay, jetzt weiß ich nicht, wo ich hier hin muss. Da, wo Münzen sind, ist immer gut. Aber gut, dass ich mich hier vorher mal informiert habe. So. Okay. Rein hier. Keine Ahnung. Äh, ach so. Na gut. Ach du Scheiße. Das erwartest du jetzt von uns? Huch. Okay, jetzt bin ich hoffentlich nicht zu weit rechts. Äh, das ist frech hier. Ich komm doch niemals an diese Dinger hier ran. Ich kann sie mir mein ganzes Leben lang einfach nur angucken. Und werde niemals einen Pilz und einen Stern hier besitzen. Okay, hier ist aber ein Extra-Leben drin. Yay. Ja, du schmeißt ziemlich mit Extra-Leben um dich. Aber Extra-Leben sind ja eigentlich auch... Im Prinzip bringen die es ja nicht so wirklich. Ich hatte es ja schon mal erzählt, dass Extra-Leben in diesem Spiel eigentlich eher so sekundär sind. Die kann man sich schön ins Regal stellen, aber wirklich was anfangen kann man damit nicht. Es sei denn, man macht eine No-Skip-100-Mario-Challenge. Okay, hier bleiben wir mal unten. Kommt der noch gleich. Okay, ja, ja, ist normal. Das Design ist sehr minimalistisch, muss ich sagen. Finde ich aber gut. Ah. Okay, der kommt von hier. Ich war ja schon mal hier oben. Hallo, man kennt mich hier. Fipsi ist super. Okay. Yeah. Das ist so frech. Ich komme niemals an diese Goodies ran hier. Ach ne, das ging ja nicht. Scheiße, vergessen. Ah. Ich verstehe auch nicht, worum es sich geht. Also, auf so Kettensägenblättern zu Spin-Jumpen war ja ein großer Teil von Super Mario World damals. Und er hat uns alle sehr erfreut. Okay. Jetzt ist hier... Castle angesagt, oder wie? Holen wir uns nochmal ein Power-Up und dann starten wir hier. Dann gucken wir mal, ob das Castle auch mit Sidescrolling ist. Ne, ist es zum Glück nicht. Zum Glück, schräg, schräg, leider. Keine Ahnung. Ja, das ist mit... Oh Gott. Jetzt wird es hier interessant. Ich hätte ja beim letzten Mal gesagt, ich wollte den letzten Level nicht spielen, weil ich auf sowas hier keine Lust hatte. Oh Mann! Oh Mann! Okay. Jetzt sind hier drei extra Leben drin? Wetten? Ne, auch noch ein Power-Up. Das ist gut. Moin, Digga. Äh. 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 Ja, toll. Jetzt komm ich hier nicht hin, weil diese dämliche Google da im Weg ist. Ah. Okay. Geschafft. Uuuh. Weiter geht die Tortur. Mit Yoshi. Ja, moin. Alles klar bei dir? Hehe. Willkommen im Spiel. Los, Yoshi. Ich hau dir so lange auf die Mütze, bis du das machst, was du machen sollst. Und zwar für mich arbeiten. He. Ach, okay. Oh Gott. Uuuh. Uuiuiui. Alle wieder wach? Alles in Ordnung? Alle glücklich? Fein. Haben wir es geschafft. Ja, es war ein schöner Level. Hat mir gefallen. War ziemlich fordernd. Und, äh. Ich hab den Rekord. Das ist ja geil. Hehe. Mir gehört der Rekord. Euch nicht. Nee. Ich werde aber nochmal die ID einblenden, damit ihr den Rekord auch knacken könnt. Oder es zumindest versuchen könnt. Weil, besser als ich, werdet ihr das sowieso nicht hinkriegen. Weltrekord Medbaron. Das hört man doch gerne. Okay. Dann schauen wir mal. Hast du noch andere Level? Natürlich. Jump, jump. Den machen wir. Den machen wir. Abschlussrate 5%. Gut. Der andere hatte auch 5%. Das heißt nichts. Das heißt nichts. Hier spielen viele Fußhupen rum. Das ist ein sehr interessantes Bild da oben. Soll das was darstellen? Gib mir deine Leber. Gib mir deine Leber. Oh Gott. Äh. Huch. Okay. Kann ich hier rein? Nee. Ich kann ja theoretisch eine Stampfattacke machen. Stampfattacke ist auch das beste Wort schlechthin, ne? Gut. Ich habe dir vertraut und ich wurde nicht verarscht. Das ist gut. So. Das war's, Kollege. Hier. So machen wir das. Du hast mir gute Dienste geleistet. Aber jetzt musst du leider hier bleiben. Weil mitten in der Luft könnte es sein, dass du dich aus deinem Panzer befreist und ich habe dann das Nachsehen. Ne. Kennt ihr das, wenn ihr euch kratzen müsst? Oh, oh, oh. Die Stelle ist schon sehr schwierig. Huch. Okay. Den gekriegt. Geil. Natürlich. Was denkt ihr denn? Dass ich das nicht schaffen würde oder was? Glaubt ihr das wirklich? Nein. Ich schaffe alles. Ne, alles nicht. Nicht unbedingt. Wenn ihr beim letzten Livestream dabei gewesen seid, werdet ihr wissen, dass ich nicht alles schaffe. Ich weiß nicht mehr, wer von euch. Ich glaube... Ich komme jetzt auf den Namen. Ich komme jetzt auf den Namen. Nein, komme ich nicht. Scheiße. Auf jeden Fall. Ein Level haben wir gespielt. Das war Lucifer-mäßig. Wirklich Lucifer-mäßig. Did you get through? Oh Gott. Natürlich. I do this. Los geht's. Ach du Scheiße. Ach so, okay. Ist in Ordnung. Sterbe ich hier? Ne. Ich nehme mal die Blume mit. Boah. Ja, guten Tag. Willkommen im Spiel. Ah. Will der nicht auch mal in die andere Richtung? Ja, Pilz. Ah. Das interessiert mich nicht, dieser doofe Pilz. Ah. Ja, schwimmen hier ist schon Spaß. Das Problem ist ja, dass man unter Wasser so weit nach unten gebufft wird, dass man keine Freude mehr im Leben haben können. Hier. Ende. Ein Herz. Nee, bitte nicht. Ich weiß nicht, wer das ist, aber es ist mir egal. Ich will meinen Power abbehalten. Das ist Sylvester Stallone-Modus hier. Okay. So ist gut. Jetzt ist Terry Crews-Modus. Das hier ist der Terry Crews-Modus. Einfach durchlaufen. Two in, one out. Moin. Okay. Muss ich jetzt hier klein sein? Mach das... Ach du Scheiße. Drüber? Nee. Ich muss jetzt hier auch noch klein sein. Okay. Dich kann ich gerne aktivieren. Aber nur... Ja, nein. Also, mit euch Jungs spiele ich dieses Ich-bin-klein-Spiel absolut nicht. Das muss ich sofort unterbinden. Okay. Jetzt können wir starten. Einer wird schon nicht so gefährlich sein. Oh Gott. Boing. Ja, der hat ja einen Wendekreis noch, ne? Boah. Nicht die Blume nehmen, dann kommt man nämlich nicht mehr hier raus. In here? Bestimmt nicht. Äh. Ja, danke fürs extra Leben. Ich bin... Ah, der Bluper, der macht mich gerade wahnsinnig. Hier gibt's Münzen, das ist gut. Ist man eigentlich laufend schneller? Nee. Glaub nie. Wow. Goodbye. Wir haben's geschafft. Haben mal wieder den Assi rausgelassen, das ist gut. Das ist schön. Schöner Level. Okay. Gib Sternchen. Also, first try. Leider nicht. Das wäre ein bisschen... You should try my water level. Keiner... Keiner... Leid... Was? No. Das sind ja auch die Leute, die einfach nur einen Kommentar schreiben, um zu sagen, guck mal bei mir. Schön ist das. Macht Spaß. Es war immer glücklich, wenn man sowas sieht. Aha, schön, neuer Kommentar. Nice, bitch. Look my channel. Also, ja. Das hab ich nicht bedacht. Ja, gut. Dann muss man Anlauf nehmen. Okay. Das sind 100 Sekunden, die wir haben, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so auf Null kalkuliert ist hier. Oder vielleicht doch. Die, 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 die. Boah. Gefährlich. Oh. Mario, spring mal richtig von diesen Dingern hier ab. Ah, guten Tag. Ja, du. Oh, jawohl. Zwei von den Jungs. Drei. Noch besser. Alle weg. Wie er sie noch umdreht. Ich mag das ja immer, wenn es so eine Bowser-Disco am Ende gibt, wo der die ganze Zeit nur von irgendwelchen komischen Trampolinen hin und her geschmissen wird. Das ist gut. Das ist gut. Das macht sehr viel Laune. Und Bowser sagt dann auch, ja, ich find das ja selber so schön. Der hat irgendwann einen Schleudertrauma. Irgendwann. Gut. The Companion Shell. Ach, du Scheiße. Lieber ne. Beenden. Weiter geht's. Lüldoller. My first castle. Spooky. Ja. Spooky. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr geistreiches Geisterhaus hier. Sogar mit Zeitlimit am Anfang schon. Brauche ich dich? Kollege? Na? Ist hier irgendwas drin, was ich brauche? Oh nein. Nein. Ich will nicht die Feder verlieren. Aber ich muss. Das ist meine Bestimmung. Eins, zwei. Ich dachte, da steht zwölf. Ja, toll. Das bringt mich auch nicht weiter hier. Schade. Okay, dann nochmal. Hauptsache Hektik. So, wo war jetzt die Feder? Hm. Ne, dann nicht. Ganz am Ende, ne? Ja, die Feder kann ich vergessen. Aber das ist ja auch nicht so weiter schlimm. Warum ist sie jetzt hier nicht? Das wäre ja so cool, wenn ich die jetzt noch auffangen könnte. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es kapiert. Ich habe gar nichts kapiert. Und wir gehen doch jetzt einfach mal ganz, ganz entspannt an. Also, hier drücken wir auf den Pilz. Der bringt uns leider nichts. Lucky, du. Du stinkster Bockwurst. So, dann gehen wir mal hier durch mit der Wolke. Mit Wolke kommen wir leider nicht durch die Tür. Sagt der Türsteher. Nein, keine Wolken! Ah! Okay, zwei war das? Ich habe mich jetzt nicht daran erinnert. Jo. Oh, eine Dacke. Oh, das reicht. Das reicht vollkommen. Ich habe keine Ahnung, ob man hier irgendwo hätte einen Peacewitch sammeln müssen. Sah so ein bisschen danach aus, aber das geht auch ohne. Das hat ohne zu gehen. Ah, nur fliegen ist schöner. Das ist immer so schön bei Super Mario World. Immer so schön fliegen, das ist das Beste. Deswegen sind alle Hacks, wo man das nicht darf, auch nicht so cool. Ne, die Türen, die sofort zum Tod führen, sind frustrierend. Das stimmt. Das interessiert aber niemanden. Tja, dann ist das halt so. Okay. Underground Trap. Dann machen wir noch. Der bleibt. Da fahren wir noch Zeit. Underground Trap. Oh ja. Ach du Scheiße. Ach so, gut. Ich dachte schon. Gib Gas, Mario. Dann warten wir hier mal eine Runde. Obwohl warten ist nicht so cool bei Zeitlimit. Ne, wir haben es doch gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Jetzt durch die Tür. Und. Achtung. Fünf. Dachtet ihr euch mal den 50er? Ne. Es gibt keinen 50er. Das habe ich euch schon oft genug erzählt. Keine 50er. Nirgendwo. Kein 50er. Es gibt keinen 50er. Ganz einfach. Gut. Sternchen. Na, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer. Da stand gerade Titz. Tickel Titz. Warum dürfen die das? Warum kriege ich immer Ärger für sowas? Das haben wir schon. Spooky Water Trauma. Machen wir den noch? Ja. Geht bestimmt schnell. Und jetzt sitze ich hier wieder fünf Minuten. Oh Gott, ja. Geht schon los. Huch. Ja. Ja, ja. So einfach ist das. Äh. Ich habe schon das Richtige, aber ich boxe trotzdem mal unter alle drauf. Hinterher. Uh. Entgeht mir hier noch was. Oh Gott. Jungs. Gehen wir mal hier rein. Ich weiß auch nicht warum. Oh, schön. Wasser ist immer gut. Ach, da ist ein P-Switch. Das ist ja herz allerliebst. Den brauchen wir bestimmt, ne? Ist auch gut so mit P-Switch unter Wasser. Da kann man nicht mehr schießen. Geh mir aus der Sonne. Oh Gott. Die schießen hier mit Blödsinn. Oh Gott. Okay, das ist jetzt so der Moment, wo ich drücken muss. Okay, geht es hier noch weiter? Nein. Hier können wir direkt in die Röhrchen. Hier in die Röhre gucken. Ach, da fahren. Oh Gott. Was fährt hier denn wieder für ein Gestüt rum? Und mit Knochen werfen tun sie auch noch. Weg damit. Gehen wir mal direkt an den Rand. So, Sägen auf den Dingern nehmen sehr viel Platz weg. Sehr viel Platz weg. Okay, alles was Underwater ist, haben wir damit schon erledigt. Wieso ist die Säge schneller als ich? Das ist nicht fair. Säge, Säge, Säge. Geh weg. Du bist längst... Oh Gott. Ja, dann zwei. Warum nicht? Gefährlich. Hau ab. Geh weg. Du bist längst ausgesturmen. Oh. Das macht mich gerade ein wenig nervös hier, ne? Ah, nee! Letzter Zentimeter. Oh, ich hasse das. Ich hasse sowas. Ja, dann machen wir alles nochmal hier. Das machen wir noch. Dann gehen wir hier rüber. So, dann kommt da wieder der... Oh, scheiße. Dann kommt da wieder der Böse. Aber dann... Scheiße. Okay, nochmal. Das ist eine schwierige Stelle hier mit dem Abbremsen. Okay. Geschafft. Ich habe eine Waschmaschine gewonnen. Ja, du sagst, ich soll... Ich solle hier lang. Mal, das ist doch mal. Hm. Ja. Okay. Danke. Danke für die extra Leben. Echt. Ui, ui, ui. Okay, 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 okay. Wasserlevel. Da wissen wir ja schon. Geht's hier rauf. Bisschen Bauch. Nehmen wir den mit. Hier, zieh Blooper. Und den fix vorbei. Was ist da drin? Ah! Das ist natürlich sehr fancy von dir. Danke. Danke. Dann braucht man auch theoretisch den Peace Witch nicht mehr, ne? Ne, brauchen wir nicht mehr. Soll der Geist hier. Einfach da durch. Ne, jetzt klaut mir den Blooper noch wahrscheinlich meine Fahne hier. Oh Gott. Man landet ja direkt auf dem Gestüt hier, ne? Ja, schön. Aber das macht alles ein bisschen einfacher. Wenn man's dann behält. Oh! Oh Gott, ey. Das ist Spielzeitstreckung hier, ne? Hi. Na, alles normal bei dir? Ah, schade. Oh Gottchen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Auto hier. Ein bisschen. Mit sehr viel Fantasie sieht's aus wie ein Auto. Und er kommt wieder. Er ist wieder wild. Er will wieder wissen hier. Er will's wissen. Guck dir den mal an. Den Segen, Casper hier. Oh, ne. Oh, das ist so eine schlimme Szene hier am Ende. Das ist so schlimm. Ne, dann würd ich sagen, Sternchen, egal. Geschafft hab ich's nicht. Hab ich auch keinen Bock, das jetzt nochmal komplett zu spielen. Mit Wasserlevel und was nicht alles. So geht das leider nicht. Dann scroll ich nochmal rauf. Rauf. Und Mini Mega Island. Das machen wir noch. Der gehört sich noch. Mini Mega Island. Mit Sternchen. Mit glücklichem Gesicht. Dann machen wir uns immer glücklich hier. Hier ist alles groß. Blind Jump. Bin in Harten. Okay. Jetzt ist alles Mini. Jetzt haben wir es geschafft, alles Große zu erledigen. Hä? Das ist ja unterirdisch. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das wäre das gleiche Level, nur nochmal in klein. Mit Midway Point. Das ist nice. Din, 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 din. Okay. Bing, bing, bing. Ja, einfach mal bümmeln lassen hier. Das ist gut. Oh! Oh! Habt ihr den Juggler gesehen? Ach, nein. Ja, das kann ich ja jetzt schon vergessen hier mit der Segel. Diese Segen sind einfach zu groß. Ich will nicht nochmal so ein Level hier machen. Nee. Bitte nicht. Das erste hat mir schon bereit. Das ist eigentlich das gleiche Pattern hier? Nee, ne? Wäre ja lustig, wenn du es einfach nochmal recycelt hättest. Haha, lol. Egal. Bäm. Man könnte meinen, das Bimmeln hier nervt, aber dem ist nicht so. Gib mir noch mehr. Geht da nicht schon rüber? Pass auf hier. So einfach geht das. Ach, das ist hier die Medi-Schranke. Nein. Aus. Stern. Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.